Herzlich Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Heute über mein Handy, deswegen muss ich mich ein bisschen mit dem Platz beschränken. Und die Geschichte heute, and by the way, it's also in English, just stay tuned for a few seconds, or minutes, or hours. I don't know exactly. And the story of today is, Eisen is nicked immer hard. Eisen ist nicht immer hard. Im Zusammenhang mit der selektiven Sexualstörung, bei der häufig die sexuelle Beziehung zu bestimmten Partnern, in der Regel die Beziehung zum Ehepartner beeinträchtigt ist, höre ich in der Praxis nahezu regelmäßig die Klage, wir sind ganz andere Typen, wir passen nicht zusammen. Dieses Konzept hat viel mit derartigen Eheproblemen zu tun. Ihm steht das Erweiterungskonzept gegenüber, das gleiche bringt uns in Ruhe. Der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht, was Goethe gesagt hat. Während die Äußerung, wir passen nicht zusammen, bereits das Scheitern der Partnerschaft andeutet, sorgt das Erweiterungskonzept für einen Aufschub. Man versucht verhärtete Fronten aufzulockern und über Jahre hinweg verfestigte Vorurteile und gegenseitige Einschätzungen in Frage zu stellen. Gegen diese Offenheit rebelliert die Erfahrung. Die Probleme bestehen bereits seit Jahren und daher ist nicht einzusehen, warum sie sich ausgerechnet jetzt auflösen sollten. Mein Partner wird sich nie ändern. Einer Patientin, die sich in diesem Sinne geäußert hatte, beschrieb ich folgendes Bild, das sie nachdenklich machte und sie dazu veranlasste, ihre Beziehung zu ihrem Partner zu überdenken. Betrachten Sie dieses Eisen. Ich zeigte ihr dabei eine gusseiserne Plastik, die auf meinem Schreibtisch stand. Dieses Eisen ist grau, spröde, kalt und scharfkantig. Wenn es erhitzt wird, verliert es diese Eigenschaften aber. Es ist nicht mehr grau, spröde, kalt und scharfkantig, sondern weißglühend, zähflüssig, heiß und ohne feste Form. Es hat gewissermaßen die Eigenschaften des Feuers mit übernommen. Für die Patientin hieß das, die scharfkantige Art ihres Mannes ist nicht immer eine unveränderliche persönliche Eigenschaft, sondern abhängig von seiner Situation und der Patientin selbst. Er hatte aufgrund seines Berufs weniger Zeit für seine Frau, als sie es sich wünschte. Sie reagierte darauf mit Vorwürfen und offener Ablehnung. Als Folge davon suchte der Mann sich vorübergehend andere Partnerinnen, verärgerte seine Frau durch betonte Sparsamkeit und wandte sich zunehmend von ihr ab. Bildlich gesprochen, das Eisen war kalt geworden. Um es wieder schmieden zu können, müsste es erhitzt werden. Eine Aufgabe, die der Patientin innerhalb der partnerschaftlichen Therapie zufiel. Another story in English, and it comes out of the chapter about sex and marriage, and it's called Iron is not always hard. In connection with the selective sexual disorder that often disturbs the sexual relationship with certain partners, usually the spouse, I almost regularly hear the complaint, we are completely different people, we aren't right for each other. This idea has a lot to do with marital problems. It runs counter to the concept of expansion. Sameness brings us into a state of quiet. Contradiction is what makes us productive. What Goethe has said. While the comment, we don't suit each other, already points to the dissolution of the relationship, the principle of expansion tries to achieve a delay. People try to open up their hardened defenses and to question the prejudices and mutual assessments that have existed for years. Counter to this openness, there is the protest, the problems have existed for years, and I don't see why they should disappear now. My partner will never change. While treating a patient who had expressed similar thoughts, I described the following image. It made her very pensive and caused her to reassess her relationship with her partner. Look at this piece of iron. I said as I showed her a cast iron sculpture on my desk. This iron is grey, tough, cold, and sharp-edged. But when it is heated, it loses these characteristics. It is no longer grey, tough, cold, and sharp-edged, but glowing white, fluid, hot, and without a definite form. To a certain extent, it has taken on the qualities of the fire. For the patient, this meant that her husband's sharp-edged manner was not an unchangeable personal trait, but depended on the situation and the patient herself. Because of his profession, he had less time for his wife than she wanted. She reacted to this with complaints and open refusals. As a result, the man sought other partners from time to time, aggravated his wife with this excessive frugality, and more and more frequently avoided her. To put it into images, the iron had grown cold. In order to forge it again, it had to be reheated. This was a task which the woman had to take up within her therapy. So, I wish you a wonderful evening. And lots of, loads of possibilities to heat up between you and your partner. Ich wünsche euch viele Gelegenheiten noch an diesem wunderbaren Abend, euch neu zu erhitzen, das Feuer zu schüren zwischen euch und euren Partnern. Und dann wollen wir mal sehen, was sich daraus alles schmieden lässt. And then we will see what will come out of it and which form you can forge again or anew. So, come back tomorrow for a new story out of the Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy. Kommt morgen wieder für eine neue Geschichte, das war jetzt English Grammatic, aus der Kaufmann und der Papagei, orientalische Geschichten in der positiven Psychotherapie von Nosrat Peseshkian. Bis morgen. Bis morgen.